Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Minecraft in Nerfs. Wie ihr seht, bin ich gerade angegriffen. Das war jetzt nicht alleine. Können wir jetzt mal ordentlich anfangen? Ja, das war auch ordentlich. Wie ihr seht, bin ich hier nicht alleine in Minecraft in Nerfs, denn es ist ein Video Projekt mit allen anderen Leuten. Wie ihr seht, ist der liebe Chris dabei, der Zitronenfreund, der Nami. Namsammler 42. Ja, du setzt den Namen jetzt nicht. Sag Max, nö, nö, nö. Der Jojo ist auch am Start. Hier bin ich. Und der Alex. Der ist nicht da. Okay, können wir jetzt ordentlich anfangen? Ja, ja, ja. Ja, Chris, also. Was ist hier los? Leute, es ist kein PvP-Varo-Projekt, wo wir uns alle in der ersten Folge killen. Verdammt! Komm, hör mal bitte auf. So, also. Ah, nee, hier ist noch Swan Protection. Ja, weil ich sag, die hat das Spiel vergessen. Okay, können wir jetzt irgendwie uns einen Ort suchen, wo wir jetzt bauen können, weil... Wie wär's, wenn wir erstmal den Leuten sagen, was das hier ist, ja? Ich meine, die Leute haben jetzt auf das Video geklickt, habe ich gedacht, ein Hörserie? Was ist das? Und jetzt muss ich euch erstmal sagen... Ne, die Leute haben aufs Video geklickt und gesagt, Hi. Genau. Was ist denn die los? Können wir die Autos sagen? Ne, die Leute haben geschrieben, wo ist Gurke? Ne, die Gurke macht eigentlich auch mit, aber die, äh, die ist nicht aufgetraut. Ähm, ja, aufgetraut. Ja, nicht aufgetraut. Ne, sie hat gesagt, äh, sie will essen gehen. Ja, okay, ich farm Holz aus. Mit, mit einer anderen Gurke. Ja, ja. Vor allem nur du kannst Holz farmen. Achso, ja, am Swan, ne? Swan Protection läuft. Ich hab eigentlich gesagt, die soll aus, aber... Wäre nice. Ich helfe dir. Ja, also nochmal so zu Info. Ein Hörserie ist ein, ähm, Mod-Projekt, ja, Minecraft-Mod-Projekt mit YouTubern, ja. Nein. Ich dachte, dass wir die 1.3 zählen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass mit YouPorn dann... Ja, dann hättest du jetzt auch gedacht, eigentlich. Wir spielen hier mit, äh, etwa grob 70 Mods. Äh, in der 1.10.2. Ja, also in der 1.10.2. Das sind 68 Mods. Warte nicht auf den. Ja, was? Also im Mod-Projekt ist es 66. Ne, 68. Guck mal zu, ich hab hier, die haben wir ja was drin, ne? Ähm, was ist los? Bei mir steht 90. Ja, Pech gehabt. Bei mir steht 69,3. Ähm. Genau. Bei mir steht 22,0. Ja, 22. Bei mir steht minus 14. Äh, welchen meiner ist gar nicht drin? Dann die Kuh, Chris, das ist dann die Kuh minus 14. Meine Kuh ist 1337. Das hat jetzt irgendwie gefällt ich dachte mir nicht nein ich kann nicht erklären nochmals zur info ihr seht ja diese schöner t-shirts diese schönen t-shirts die wir haben die gehören zum ein nursery mod kann auch bei mir auf dem kanal runter nein kann man nicht ich habe doch ich verkaufe für fünf euro bei mir gibt es sogar schon für 20 stein abbauen also wenn jemand wenn den jemand verkauft wenn den jemand verkauft und verkauft ich ja ich habe immerhin auch geschrieben ich habe schon tausend steine abgebaut wieso habe ich jetzt nur ein bester projekt bester projekt von wild er ist so ewig wenn man das gar nicht drauf und leute der ganze baum so lange wir sind am spawn also ich habe gerade im untergrund ein paar stein ab 10 stunden lang warum darf das so lange ähm ja die ist da vorne ähm ja weil die spawns protection ist gurke zog hä? wie die gurke? da ist doch die da ist benehmt bereits auf warte mal ich gebe ihm mal sein item so ja dann ist er noch aufm äh also ja die gurke die die kommt hier in unterhause und 3d brille ähm also oh man hier hier 3d brille ja also sehr coole 3d brille muss ich schon sagen warte wo ist das? hat jemand mal steine für mich? warum dauert das steine aber auch so lange? ähm nein das dauert richtig lang wollen wir ein bisschen weiter weg laufen wo wir bauen können Leute ja warum war ich hier auch? Leute seid mal kurz still wo ist die gurke? seid mal kurz still ja was? das da ist das Gurkenshirt ja die Textur die hat die Gurke gemacht und ähm ja das ist das Gurkenshirt nein das ist nicht das Gurkenshirt das ist das Fischshirt äh sorry ja aber irgendwie das macht keinen Sinn eine Gurke mit einem Fischshirt ja aber wir haben auch Emojis drin hier Fisch warum liegen hier bei Fisch? Fisch ja super und hier guck mal meinen Armand herzlichen Glückwunsch also bei mir läuft ja wie ist das? bin ich zu spät? ja ich bin zu spät ey Gurkenshirt du bist voll leise ich muss lauter machen wir holen wir jetzt einfach alle aber warte mal wir gehen ich war Hunger gleich ich darf nur mal alleine in der Gruppe damit wir müssen kommst du? ja okay musst du mich? musst du mich? ja 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 Moment oh oh wieso stirre mich jetzt? weil du in der Wand hängen geblieben wirst ihr seid alle hängen geblieben so oh Greenaxx ist auch mit ich bin hier auch reingegangen ich kenne nur euch sehr gut ja dann ich könnte das machen mit anderen wir suchen mal meine wir müssen irgendwo ein Ausflug überbauen können weil hier am spawnen sind jetzt gerade alle ja bei mir fängt sie irgendwie gerade an zu legen wir schwimmen wir auch guck ich wuste dich okay vor allem dreh dich mal um für mich ist das schwimmen richtig gut als ob wir als ob uns alle jetzt folgen also nochmal zur Info jetzt auf unseren Kanälen jetzt das Mothpack Projekt ist ein ähm Mittelalter ähm Magic Projekt ähm Weltraum zählt auch äh also Alien meine ich Alienweltraum mäßig ja ja also ich bin ja ein Time Lord ich hab meine Thales die darf ich verwenden sie zählt auch hier ist ein Äpfel ne wir können Äpfel mitnehmen lol Äpfel ja lol die hängen ja einfach dran ähm ich hab's gemerkt okay wenn alle aufnehmen sollten wir am besten nicht machen nicht nochmal ja kann ich bei euch bleiben nein doch geht auch okay wo seid ihr jetzt haben wir eine Vierergruppe das ist irgendwie schon zu groß aber okay egal hier geht noch hier hinten ist ein richtig geiler Baum wo seid ihr boah das wäre richtig eine geile Stelle hier boah ey ich hab ein Feuerzeug das ist ein Feuerzeug ich weiß nicht ich muss doch kurz die Aufnahme beginnen hier drin wohnt Gurke hier drin wohnt Gurke hier drin wohnt Gurke genau ich muss ja auch immer noch beginnen ähm ja ja gut Gurke beginn die Aufnahme ähm geht mir in die Blumenbräune oder Serana ich will meine Aufnahme beginnen ich will meine Aufnahme ich dachte du hättest einen ultra heftigen Server bekommen für das Projekt Alter was der ist total am lecken ja wenn so viele online sind wir sind jetzt irgendwie ja da ist ein Modpack im Projekt und bei so vielen online sind jetzt 8 Leute online Alter das ist nicht einfach so dermaßen also nochmal klarzustellen wir jetzt ja alles mitmachen in dem Projekt ähm ja Krielp, Gurke Zock, Lord Greenaxx, Namens 142, Alex HD, Seranax, die Thronfreund und Jojo ja also das sind die Teilnehmer dieses Projektes eigentlich hatten wir noch einen aber der war zu dumm das Modpack zu installieren also krass Beleidigung echt ey wieso es funktioniert ey ich kann mein Koppelkotten hier nach vorne ich will nicht allein sein ich will nicht ich bin diesem Zombie allein lol Alex ist auch hier was was macht der jetzt bei uns nicht mehr lange was soll ich dir ich will auch ruhig sein geil Greenaxx du hast du hast es geschafft wir haben eine wir haben ein Loch in dem Lavasee ich bring da jetzt rein ja nein komm raus komm raus und außerdem ne also hier an meine Zuschauer hier alle guck dich mal das war ne ich hab ein Fischhirt alter Fischgranaten ohja guck mal im Chat Was macht? Die sind alle Creeper gestochen. Ähm, na du? Ich muss irgendwie raus. Äh, ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich brauch wieder mein Shirt. Ich will mein Shirt wieder haben. Ich hab Holz für dich. So, easy, ja? Ich bin hier, ich bin Pro. Ich bin Minecraft Profi. Ich krieg das hin, ja? Alter, siehst du den Berg da hinten? Oh, lol. Alter, das ist ne voll geile Welt. Das war aber hier, ne? Ey, du hast meinen Schiff mit aufgesammelt. Aua, töte mich nicht. Nein, ich töte dich nicht. Ich kann dir gehören als Creeper wieder gehen, als Creeper aufgesammelt. Wie ist dein Schiff mit aufgesammelt? Ich lass meine Folge aufgesammelt. Irgendwie ist es schon zu viel Chaos zu viert. Ja, es passiert zu viel Chaos. Also die nächste Folge wird dann wahrscheinlich nur mit zwei Leuten sein und viel weniger auf dem Server, damit es nicht so rumleckt. Ja. Ich würd mal sagen, ähm... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich fänd's eigentlich... Oh nein, der braucht's! Was? Was auch? Was passiert hier? Lol. Ähm, was tue ich hier? Ist das mein Vieh-Shirt? Nein, wo ist mein Vieh-Shirt? Ist das explodiert? Was tue ich hier eigentlich, Leute? Es ist schon so ein Chaos, dass ich schon vergesse, irgendwas Sinnvolles zu tun, ja? Ich mach mir erstmal jetzt Werkzeuge. Du machst nie was Sinnvolles. Ja gut, ich hab irgendwie... Ich hab ein ganzes Projekt und hab nur, ähm, bei einer Hälfte der Folgen hab ich keine Ahnung, was ich da eigentlich gemacht hab in dem Projekt. Jetzt hab ich mir noch ne Stein-Spitzhacke gemacht, boah. Warum was denn? Äh, Juni? Juni, der Server leckt so schwarz, oh nein. Ja, oh mein. Juni? Äh, krieg ich mein Vieh-Shirt? Ich bin eben explodiert, weil ich... Und ich bin zurückgebackt. Ey, ich... Ich hab deinen Fischer nicht. Oder? Der Creeper! Ach, dumm! Äh, wie... Wie... Wie macht man mehr Player-Models normal? Wie war das denn? Hä? Habt ihr das gesehen? Was? Was? Habt ihr das gesehen? Ne, ich hab's leider nicht gesehen. Was war das? Wie... Wie machen wir das mit dem Player-Models, sag mal? Was? Vor allem, jetzt kommt ja ein Stein hier ab, wa? Juni? Äh, das ist doch geil. Also, so farmen wir eindeutig. Vor allem, hast du nicht eigentlich auch Mob-Greathing ausgemacht und warum fällt der Stein runter? Das weiß ich auch nicht. Äh, eigentlich hab ich das alles eingestellt. Ist doch richtig nervig, dass er runterfällt später. Ich... Ich... Ich brauch mein Vieh-Shirt. Äh, Saranax, wir kommen nicht voran, der Server ist durchgehend am lag. Ja, wollen wir vorschlagen, dass wir nochmal später kurz auf den Server gehen? Wir haben doch... Ne, lassen wir jetzt offen. Juni? Ne, lassen wir jetzt offen. Okay. Ja, lass doch. Ist doch geil. Okay. Irgendwann. Fast, ja. Ähm, wir machen doch noch Mob-Player-Models. Woher hab ich ne Spitzsacke? Ähm, du hast ja so ein Mob-Player-Models-Menü. Was, wo? Du hast ne Mob-Player-Models-Menü. Ja, wie öffnet man das? Einfach aufklicken. Alter, Leute. Sorry. Ich hab... Wir haben Inventar. Alter. Ich hab jetzt schon bei mir... Warte, Mann, hier sind überall Zombies, Alter. Ich hab bei mir zu Hause schon Chaos. Und hier ist Chaos. Bei mir zu Hause ist Chaos. Überall ist Chaos. Die ersten Folge ist immer Chaos. Ich weiß, wo auch noch Chaos ist. Alter, passt auf. Bei, 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 bei Flo ist Chaos. Lass uns doch explodieren. Ja, bei Flo ist Chaos. Komm. Alter, ich hab nen Gehör bekommen, ne? So, Alter. Ich hab zwei Gehör bekommen. Oh, ja hab ich die ganzen Brote. Warum wollen die nicht auf mich? Keine Ahnung. Es ist voll dunkel. Ich geh mal zur Lava. Damit ich hier ein bisschen Licht hab. Jetzt geh hoch endlich. Oh, das ist voll geil hier. Was? Ich war jetzt gestorben. Aber wie? Seranax. Leute. Ja? Leute. Das steht. Das ist einfach als im Hochschule. Alter, ich bin jetzt der kleine Junge, Alter. Ich bin jetzt der kleine Junge. Leute. Ich weiß, wie du auch mit dem ganzen Projekt vorbeiredest. Ähm. Was macht der Enderman da hinten? Da läuft der Enderman frei rum. Ich hab das Shirt von Alex. Lol. Und ich hab mein Shirt verloren. Ich glaub Alex vermisst noch sein Shirt. Der hat schon den Server verlassen, was bei ihm läuft. Dein Shirt kannst du neu kaufen, ne? Ja, kann man. Wie? Grüne Wolle brauchst du dafür. Hellgrüne. Das war dann der Fafinggetack von meinem ist richtig kreativ. Das ist meins. Ey 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 ey. Ja ja ja. Was soll das? Oh mein Gott. Wie es leckt werden das Abbau? Ich brauch Stein. Immer wenn es leckt, Alter, was soll das? Ja. Alter, da ist die Thronenfreund. Ja. Ich bin ein kleiner Junge. Jojo ist auch bei uns. Was machen die denn alle bei uns? Was machen die? Ja. Kein 2. Lass sie mal alle töten. Aber ich hab so viele Achievements, ne? Das geht null. Alter hier unten der Mine, ne? ich wollte die ganze zeit schief man sie sind voll schlimm ich habe ja ein kreaturen gehirn soll ich das essen soll ich das experiment wagen ich habe ein kleines und großes ich habe was richtig cooles bekommen kommt mal ja ja was ist das da unter das tut weh also ich gehe jetzt in einen eigenen channel der adams um labern im menschen die gott war ja nein was geht mit den creeper hier die sind voll overpowered ich lasse den aus und du stirbst danke auch ich bin hier runter gefallen und ein erst ein grafstein irgendwo so wie leute dass es so dunkel ist warum starten wir auch in der wir haben wir haben einen tag gestartet aber alle ich ich esse das kreaturen gehirn mal gucken was passiert was machen jetzt alle plötzlich hier oben bei uns wenn man 6,278 mit 353 und dann die wurzeln rauszielt erhält man 15 lol wie ich wenn man 6,278 mit 35 358 83943931188277 multipliziert und dann die wurzeln rauszielt erhält man 15 ja ja leute was hast du was hast du gegessen? ein gehirn ein gehirn ein gehirn warst du ein kleines oder ein großes? ein großes ich habe sowas nicht ja ist das auch was oh holybrain alter ich bin so ein richtiger zombie was ist passiert? ich habe ein neusierer bekommen ich hasse auch ein gehirn hier sind 10.000 workbench das ist jojo was hast du? oh holybrain was? oh nein hilfe rennt ne items oh man blut warum bist du genau hinter mir? die war das shirt das ist meins shirt ne das ist meins warum? hier zitronen shirt hier zitronen shirt genau zitronen shirt ich nenne zitronen freund zitronen shirt genau ich glaube für die nächste folge weil alex alex hier dein shirt wo sind meine sachen? oder geil alter ich habe hier schalk das bekommen ja ich habe auch schalk das ich habe wieder ein brain alter wer ist mir ein brain ist einfach hier ne holybrain wo ist mein shirt? kriegt mein shirt wieder? das kriegst du wenn du ganz nett danach parkst ansonsten bekommst du zitronen freund ja bitte 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 krieg mein shirt ok mal gucken wer ist zuerst einsammelt wer ist zuerst einsammelt hör auf nein ich hoffe ich berecht es am zombie ich habe mich so nicht ich werde uns gelät süß rund freund irgendwie wollen ein monster nur auf dich kannst du es mir jetzt bitte geben? danke ok da sehen die bäume scheiße aus was haben wir denn hier alles? ich brauche mal ein bisschen besser equip aber der berg ist auch voll cool hier hinten baue ich hier hinten baue ich lol ich habe das schon reserviert das ist geil hier zarnax achtest du auf Aufnahmezeit irgendwie ja ich achte auf Aufnahmezeit ähm ich würde wir wollen einfach vorschlagen dass die die Aufnahme zu Ende ist das leckt mir extrem hä? es leckt extrem und wir haben heute meint der Server? also der Server also der Server 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 was? der Server achso ja du kannst es einfach die du kannst es also abbauen ich habe jetzt Iron Cluster lol das ist geil ich auch der Omos auch war ja was machen wir damit? ich habe Walnuss Walnuss Entity Brain try eat me okay Walnuss Entity Brain und was mache ich dann damit sag mal I like this taste okay ich habe ein Todes und so okay kriegt das einfach so einschmelzen wie Eisen oder? okay also ähm wahrscheinlich nochmal so gesagt ja also dann hörst du ihr das ist einfach so ein Spaßprojekt ohne Story ne was wir hier haben zumindest für einige ist es einfach ein Spaßprojekt für ähm wiederum andere ähm ist es ein bisschen mehr Geschichte dahinter ja eine Geschichte ja eine Geschichte deine Geschichte genau deine Geschichte meine Geschichte ja Zaranax als Zeitgeschichten in Mechtra auf dem Stuhl von Katrin den mache ich noch yeah ey 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 ähm ich habe richtig viel Cobblestone oh ich kann mich ja damit da nicht rüber bauen wo wollen wir jetzt eigentlich bauen? einfach ein Warten mal ihr kriegt Alter ist das geil die ganze Landschaft ist einfach super geil guck mal ihr kriegt jetzt noch einen Spoiler-First Ende der Folge wartet was? ok ist es passiert? hä? warum passiert nichts? es passiert aber nichts ok das geht nicht mit der Mod schade ne gut äh ok kriegt auch kein Spoiler hat was mit dem Helm zu tun oh hier hier jetzt haben wir ein Calvium ok halter was ist das für eine Landschaft? was ist denn da unten? guck mal das ganze Meer ist eingefroren ne da ist gar kein Meer oh ok ich würde mal vorschlagen das ganze Meer ist eingefroren das ganze Meer ist eingefroren ich habe halt Nebel eingestellt damit man die Weltgrenze nicht so ist wollen wir die Folge beenden? äh ja ich habe kein Essen mehr also ich glaube das Projekt wird wieder ein Projekt wo ich irgendwo habe ok wir beenden hier mal die Folge von Minecraft in Nursery irgendwie ähm die nächste Folge kommt bei mir sogar morgen zwölf Uhr weil Anna weiß ich nicht aber nur gut bei mir kommt vielleicht auch irgendwann mal da einer na ich hoffe euch gefällt dieses neue Projekt ja die erste Folge ist ein bisschen chaotisch gelaufen aber die nächste Folge wird es ein bisschen lag freier sein und glaube ich nur zwei Personen maximal auf dem Server die ganze Zeit sein ich fände es eigentlich auch noch ganz cool wenn wir ja einfach mal zwischendurch mit anderen Leuten auch nochmal aufnehmen ne schreibt einfach mal in die Kommentare mit wem wir hier alles aufnehmen sollen und schaut doch bei den anderen vorbei also die werden alle in der Beschreibung verlinkt das bei mir hoffentlich ich tu das eigentlich ja ich tu das eigentlich immer du tust das? ja ich tu das eigentlich immer ok dann für mich und für alle anderen würde ich mal sagen wenn hier mal die Folge damit ähm ich hoffe euch hat Minecraft in Nursery gefallen lasst einen positiven Daumen nach oben dann bis zum nächsten Mal mir wird das dir gefallen ja das hau da rein das Projekt ist jetzt zu Ende also das äh tschau ne hau da rein und tschau weeeee tschüss 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 tschüss